1-0! Los! Wusch! Wusch! Wie wusch? Was wusch? Ich hab ein Friggy im Mund, das funktioniert nicht. Oh man, hör auf, ich hab auch Hunger. Ich hab Kaugummis, alter. Ich bin besser als du. Nur wo hab ich die gerade eben hingeworfen? Ich hab die liegen... Nee, ich hab die doch eigentlich mit nach oben genommen. Sekunde, ich kann grad nichts machen. Achso, ich bin dran. Nee, bist du dran. Perfekt. Ah, wo sind die? Ich hab die mit dem Booster-Päckchen hochgebracht. Code of the Duelist. Sekunde, ich bin kurz nicht da. Ben, wolltest du nicht eigentlich Schwarzhügel spielen? Nö. Okay. Nein, ich hab sogar wirklich mit dem Spitz, das man zergezogen. Das wollte ich nicht. Kaugummi gefunden. Überall ich hab mir gesagt, Spatzen gegen Spatzen losen. Wenn das nicht willst. Hm. Melonen-Kaugummi. Was hast du die denn gekauft? K&K. Produktplacement! Productplacement! Vorzüglich! Alter, du spielst, spielst du ein 60-Kartendeck, oder wie? Ich hab gesagt, geh weg! Krasser spielst du auf jeden Fall. Ja, ich bin halt krass. Hab gesagt, geh weg. Der kann einmal pro Spielzug nicht durch Zauber- und Fallenkarten zerstört werden. Ich setze diese Karte. Dann aktiviere ich sie auch noch. Pranked! Double pranked! Triple pranked! Und jetzt rum die Schwierkraft. Ist gut, schmerz halt mehr rum! Wie war das doch? Absichtlich! Ich hab recht. Wenn ich was zu trinken da hätte, würde ich jetzt schlürfen. Oh Gott, da steht eine Flasche. Hups! Achtung, Fosse! Was? Er kann aus Apfischholmen Flaschen nicht so gut schlürfen. Bist du so traurig? Bist du traurig? Das hat sie jetzt gerade gebracht? Man kann aus Apfisch. Scheu, Flaschen, wirklich nicht schlürfen. Kacke. Hast du das bessere Artwerk von der Wiedergeburt in meinem Friedhof gesehen? Viel schöner. Du meinst, das ist verboten in Deutschland? Wieso ist das in Deutschland verboten? Weil es ein Kreuz ist. Oh, wie schlimm! Mann, wegen sowas wird die Karte verboten? Bist du gar nicht mehr. Echt? Warte mal, ich weiß es nicht. Sekunde. Ich hab doch hier Internet. Ah, ich glaub, ich mach das nicht über Kartenmarket. Und die heißt gar nicht Monster hier in der Mission. Die heißt Wiedergeburt. Oh, ich bemerke das nicht. Oh, ich bemerke das nicht. Merke das nicht. Ich bemerke das nicht. Fuck! Ben! Ja? Weißt du, dass du manchmal richtig hinterlässtig bist? Nö. Nicht? Nein, das wollte ich gar nicht. Oh, Leute, stärker angreifen. Bring dich halt selber um. Ja, hatte ich vor, hast du noch gesehen. Es steht nichts von verboten. Die Karte scheint gar nicht mehr verboten zu sein. Ich glaub, ich sollte vielleicht noch Yu-Gi-Oh! dahinter setzen. Hm, 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 hm. Wann glaubst du, kommt eigentlich die neue Bandlist raus? Bin dafür, dass dieser Cyberstein oder Cyberdose dieses mit den 5000 LP zahlen und Fusionsmonster beschwören. Das sollte wieder erlaubt werden. Oder Riesentronade mindestens auf 1 limitieren. Warum das? Das ist dumm. Nee. Weil man's kann. Hm, hm. Oder Regeki 20 Euro günstiger machen. Ja, das ist gut. Aber Riesentronade soll öfter nicht bleiben. Riesentronade ist auch. Weil dieses Urteil sollte auch wieder limitiert werden. Gut, Schnappstahl und Superpolymoli sind ob. Guck, der Track hat auch. Kalte Welle, die Karte hab ich auch. Die hab ich auf Englisch. Cold Wave. Gut, die Zodiac Xyz-Dinge, die sind ob. Aber die Verwandlungskrüge, sind die eigentlich so ob? Ich find die gar nicht so ob. Ich weiß halt gar nicht, was die machen. Oder Bodenklappenfalle, die Karte fiel mindestens limitiert. Bin ich dran? Was macht die? Achso, ja. Nein! Nein! Mach noch! Ich hab gerade noch bemerkt. Mann, ich hab mich schon so gefreut. Ich stell mir das gerade sehr deprimierend vor. Für dich. Irgendwie ist meine andere Karte tot. Ja, guck mal, was bei mir oben am Vito fliegt. Ja, ist mir klar, was bei dir oben am Vito fliegt. Deine Mutter tot. Was? Hast du meine Mutter umgebracht? Nein. Wie kommst du drauf? Ich frag mich, wie du mit der Mutter darauf kommst. Das hast du ja nicht gegen meine Mutter. Ben. Du hast gesagt, meine Mutter liegt bei mir oben im Fritos. Nein. Das hab ich nie gesagt. Was? Du hast mit der Mutter aus Jumbo gebracht. Nein. Ich würde mal sagen, du bist bald leicht tot. Was machst du gerade? Hast du gerade deinen Dings verbannt, um dir was, um was zu beschwören? Das ist rot. Ich hab mir dabei schon was gedacht. Ich hab mir dabei schon was gedacht. Oh Mann, hättest du den, äh, hättest du angegriffen, wäre geil. Dann zwinge ich dich halt, mich anzugreifen. Ich muss dich jetzt mit Schura angreifen, damit sich der Geheimeffekt vom Dunkelwutdrachen aktiviert. Komm, lass mich jetzt auch aktivieren. Nur ein Monster war dabei, oh schade. Nein. Tschüss. Also noch eine Aufnahme, ne? Aber, also ein, ne, Aufnahme nicht. Eine Runde noch. Starte. Du spielst jetzt Schwarzhügel, ja? Ich spiel Schwarzhügel und du, aber beide mit... Mach unlimitiert. Ich hab jetzt keine Lust, mein Deck zu ändern. Du hättest ein anderes. Ich hab kein anderes Schwarzhügel. Ja gut, dann nehm ich halt ein komplett anderes Deck. Gut, mach. Nein. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Ich hab was anderes, besseres. Und du spielst auch nicht verboten. Super. Rageki ist nicht erlaubt? Was? Sekunde. Ist in dem Deck außersehen einmal zu viel Rageki drin? Hä? Da ist einmal Rageki drin. Ich hab' ich die falsche Bandles genommen. Ne, ist die oberste. Probier's nochmal, aber das Deck... Rageki ist nicht verboten. Jetzt funktioniert's. Als weiß, dass ich vorhersehbar bin. Ich hab' ich die falsche Bandles genommen. Ich hab' Duh, du, 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 duuu. Kum,��, ähm, nöhm, 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 nöhm. Ah. Jagen. Geld. Untertitelung des ZDF, 2020